Es ist nur ein einzeln Dauer, egal. Ich bin jetzt drin. Ok, ich werde... doch den Spielsand noch fliegen leise gehen. Was? Ich dreh den Spielsand leise, sonst... Ne. Wird das nichts. Wir gehen immer wieder links, gell? Das ist Standard. Ja, ja. Das ist immer noch zu laut. Das kann ja nicht wahr sein. So 4% Lautstärke. Okay. Der hat 16.000 Schaden. Live Triggerparken. Gehen wir gleich auf den... Chubus. Ich mach gleich mal Schilde am Visieren. Obwohl er eh keiner mehr hat. Welche Schilde genau? Ja. 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 Wie bist du da unten? Wie hab so ich dich. Hm. Die gehen immer schnell hinweg. Und jetzt weißt du immer nur ein bissl Schaden abziehen von dieser... Manniten-Generator. Ja. Oh mein Gott. Jetzt greift er schon wieder irgendwen an. Ja, warte. Der macht uns so zynik. Oh mein Gott. Ah, da ist schon einer kaputt. Wann? Bis jetzt nicht. Jetzt da. Ja. Du Scheiß. Warte, es sind aber alle halbart hinweg. Egal, jemand hat diese Scheiße. Hat ihm... Ah. Der zieht mir meine Schilde wie Butter. Welche Schilde? Ah, geht mir der Nerv. Ah, mein eigener Scheiß-Minen-Shit-Dreck. Ah, das... Das Tor zieht mir schon wieder. Scheiße. Der beste Start überhaupt. Gleich hin. Ich bin immer zur Arbeit im Drecks-Tor. Ist der hier? Portal. Gateway. Die sagt, left shield failing. Welche Schilde? Ich hab keine. Jetzt hab ich wieder Schilde. Und er greift schon wieder das... Er greift immer das Tor an. Das ist so unerrig. Das ist so unerrig. Das ist so unerrig. Das Tor hat Bedürfnisse. Du musst das verstehen. Ja, die Bedürfnisse, weißt du... Ja, die Bedürfnisse, weißt du... Aber weg, du Scheiße. Wer schiebt ihn noch weiter weg, bitte? Ja. Ja, komm, da geht noch was. Schieb ihn noch. Ich hau mich mal rüber. Ja, ich falle immer noch Schaden. Ich mach mal einen großen Bogen. Ganz nach hinten. Ich hör, wie du dich bewegst. Einfach. Na. Ha? Du bewegst dich viel zu gut. Ja. Ich weiß. Ich bin flink. Wenn ich versuche, mich so zu bewegen, schlafe ich ein. Der ist so übermorgen. Ja, ja. Greif immer den Schaden an jeden Fick an. Ich mach dem Uhr kein Schaden. Irgendwie. Okay, greif du den an. Greif ich da drüben mal kurz an. Lauf chillig. Dann greif ich den da hinten noch an. Ne, den da greift niemand an. Hallo. So. Oh, ich soll den kaputt gemacht? Ich bin teppert. Was? Nichts nicht. Was? Du hast ihn gut gemacht. Ich hab's genau gehört. Egal. Haben wir gleich. Ich hab meinen eh hinweg. Jetzt machen wir den auch noch kurz. Na ja. Und jetzt. Haun wir noch auf den kurz drauf. Jetzt haun wir auf den drauf. Und keiner kennt sich aus. Sind die eh nicht so nah. Ah ok. Dieses. Black Hole. Irgendwas sieht man grad voll. Sieht man grad meine nicht vorne einen Schild ab. Siehst meinen. Dinge. Also mein. Ah jetzt hab ich vergessen wie der Torpedo heißt. Was? Ähm. Trikobalt. Der Peter Werfer. Der macht diese urgeilen Wellen da. Also die schwere. Der schwere Trikobalt. Trikobalt sind so scheiß wenn du in der Nähe stehst. Der schaltens da alle Systeme aus. Das ist gleich tot. Trikobalt oder was? Ja. Ja. Ich glaube. Aber. Ich mach mal mein schwarz. Mein Schick. Ich will nicht alleine gegen die Kämpfe. Da schau gleich drei Trikobalt Vorrichtungen. Lore. Die Haun EU rein. Ein paar. Aber die irgendwie sind die Dinger schneller als wie meine Torpedo. Ich hab keine Schilde. Ich auch nicht. Ich hätte noch nie Schilde. Naja. Verschwindet's da von mir. Ich mag nicht dass der in mir explodiert der Scheiß. Und ich hab grad irgendwie drei Schilde. Zwei Schilde über mir gehabt. Und ich kann nicht angreifen. So wie's aussieht. Na 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 na. Na jetzt hab ich schon wieder das falsche drückt. Ah da schwere Trikobalt Vorrichtung. Schaut so geil aus. Wie hinkommt da ist das weg. Ja. Nimmt sicher das Tor. Oder die daneben. Bumm. 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 Ultimate Elite. Schau dir den schweren Trikotball vor Richtung 3 an. Ja, ja, ja. Warten wir noch 3 Minuten, dann ist er dort. Ja, ja. Oh, ich hab meine Schilde. Ich schon, weil das Tor greift mich eh nicht an. Irgendwie auf einmal greift es mich an, irgendeinen Hauss hat es gar nicht. Was ist das eigentlich noch einmal? Taktische Flotte. Plus 30 auf alle Schäden fix. Wird gleich einmal reingeraten. Wieso stelle ich mich einfach wie ein Behindertal in Waffen? Schnellfeuer. Einfach mal alle Waffen abfeuern, macht er automatisch. Dieses Mal bewegt sich der Kubus nicht einmal. Der hat sich sonst immer von hinten angeschlichen. Richtig im Popo. Ich kann den Kubus eh auch. Wie ich ihn wieder allein angehe. Aus Spaß natürlich. Und null Schilde habe. Welcher Schilde? Ich gehe einfach volle Energie auf die vorderen Schilde. Und das passt schon. Welcher Schilde? Volle Energie auf die vorderen Schilde. Geht sich alles aus. Das ist mein Freund. Du stirbst der Halbert. Wer? Nein, das ist ein Typ da. Oh, ich auch. Man, ich gehe ein bisschen näher. Was soll das, Alter? Ich werde das fressen. Oder die Nummer 6 Prozent. Ich gehe mal heilig. Ich halte ihn fest, was wahrscheinlich eh nichts bringt. Aber... Hör auf meine Schilde zu sagen. Der kommt immer näher. Der lutscht an meinen Schilden. Wirklich. Und dafür hat er auch keine. Naja. Homo. Nur weil er glaubt, der ist cool. Wirklich. Den. Geht sich meine Tri-Cobalt-Vorrichtung noch aus. Fix. Schwere Tri-Cobalt-Vorrichtung. Jetzt haltet er mich auch noch fest. Er glaubt, der ist cool. Auch meine... Ich weiß nicht, was das ist. Oh mein Gott. Jetzt lass dich drehen. Stefan. Jetzt stirbt er weg. Ah! Ehh, Alter. Fünf Prozent halte ich auch noch was. Zwei. Irgendwas. Ehh. Weiter. Oh, ich habe einen Kübel gewonnen, Alter. Wirklich? 95 Omega Marken und einen neutralen Prozessor. Ich habe einen Kübel gewonnen. Ich habe nur 60. Und ich bin einmal gestorben. Sie ist ohne zu reden. Ah, ich bin nur einmal gestorben. Nur weil ich... drauf habe. Ja. Ja. Machen wir das... schnell. Wait. Was? Wait. Du glaubst meine Omega Marken... Ah, man delete meine Omega Marken da rein haben. Ich kann schon wieder nichts verwandeln. Warum? Warum nicht? Schon wieder so viel Zeug. Ich habe schon wieder 1000 gedrückt. Ich brauche die... Ich brauche die... Ich habe schon wieder 1000 gedrückt. Ich brauche 300 Lithium. Das kann ja nicht wahr sein. Magst du mal kurz meine 100... 112.000 haben? Ah. Entschuldigung. Du kannst zwar 300 Schnoren. Ich könnte auch 100... 2000 Schnoren. Aber... Ich glaube die brauche ich noch selbst. Ehm. Warte. Ich sortiere. Mein Inventar ist. Dafür habe ich kein Geld mehr. Voll. Hier war nicht viel. Warte. Wait, 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 wait. War abspult. Einladen ins Team. Es ist ein Windisch.